Zelda 1 auf der NES gilt als das erste Konsolenspiel, was über Safestates verfügte. Heutzutage kommt kaum noch ein Spiel, egal ob Zelda oder nicht, ohne Speicherstände aus, was zum großen Teil daran liegt, dass die Spiele eben immer umfangreicher und komplexer wurden. Doch noch vor einigen Jahrzehnten war der Highscore das höchste der Gefühle, was man abspeichern konnte. Zelda war damit ein Vorreiter einer absolut wichtigen Komfortfunktion, ohne die viele Spiele heute gar nicht mehr denkbar wären. Denkt dabei nur mal an Breath of the Wild, Elden Ring oder Final Fantasy.